Wenn du wieder rauskommst, bis dahin hat jeder seinen eigenen kleinen Hubschrauber. Okay, okay, der Lieferwagen. Es war ein blauer Ford. Ich hab den vor einiger Zeit für drei Typen gestohlen, die ihn für ein paar Stunden haben wollten. Anschließend sollte ich ihn dann wieder genau dahin zurückbringen, wo ich ihn geklaut hatte. So, dass der Besitzer der Karre möglichst nicht merken würde, dass er benutzt worden war. Ich gab ihm den Wagen und wartete in einer Bar, bis sie wieder da waren. Und dann fuhr ich ihn zurück an seinen alten Platz. Was? Hinten im Wagen. Da war Blut auf der Ladefläche und an den Reifen, da war Gras und Lehm, als ob wir durch den Park gefahren sind. Und hinten lag auch ein Turnschuh, wie von einem Kind. Ich hab mich allzu genau hingesehen. Ich hatte keine Ahnung, was die vorhatten. Ich hab den Wagen besorgt und wieder zurückgebracht. Das ist alles, das schwör ich Ihnen. Flaas, diese Sache ist mir sehr wichtig. Wer waren die Kerle? Ein paar verrückte Mann. Drei Schwarze waren es. Die machen einen Pomo. Und die holen sich Kinder dafür und machen mit denen, naja, Pornofilme und so eine Scheiße. Ich will diese Burschen haben. Nichts ist mir im Augenblick wichtiger. Ich liefere Ihnen die Burschen. Ich schwöre Ihnen. Ich hatte keine Ahnung, was die vorhatten. Wir glauben Ihnen. Lassen Sie mich wieder gehen. Das ist Luigi, der netteste Ehemann von allen. Eigentlich würde er gern Fußball schauen. Aber aus lauter Liebe lässt er seine Frau eine tolle Show sehen. Damit Luigi mal wieder jubeln kann, empfehlen wir ihm ein wunderschönes Grundig Portable als Zweitgerät. Grundig made for you. Okay, Luigi. Mh, dieser Salat. Frisch. Und zart. Raffiniert. Klar, dass es human ist. Aber wie kriegen Sie das bloß hin? Oh, mein feines Buffet. Sie kommen drauf. Aber nie dahinter. Wie ein Tag in der Natur, so ist die neue Caloderma zu meiner Haut. Die neue Caloderma mit Aloe Vera schenkt meiner Haut noch mehr Feuchtigkeit. Und Caloderma mit Jojoba-Öl macht sie weich und geschmeidig. Caloderma. Das andere Wort für schöne Haut. Waschmittelkartons. Ein Müllproblem? Nicht der Sonil Öko-Nachverpack aus Papier. Beste Sonil-Qualität. Geht kinderleicht rein? Und kinderleicht wieder raus. Wandert nicht in den Müll, sondern ins Altpapier. Der Sonil Öko-Nachverpack. Kinderleicht Abfall und Geld gespart. Beim Essen haut einem ja nichts mehr vom Hocker. Italienisch kennt man. Novel Cuisine, ein alter Hut. Schluss damit. Schließlich gibt's Spitzenlankorn für die Pilzpfanne. Natürlich im Kochbeutel. Immer eine gute Idee. Reisfit. Hallo. Hallo. Furchtbar diese Empfänge. Das mit Humor sind vielleicht auch ein paar nette Leute da. Was habe ich schon bei einem Empfang für Warden zu suchen? Ellen wollte dich ihm vorstellen, kann das nicht schaden? Daran liegt mir nicht das Geringste. Der Bursche hält überall große Reden, dass wir mit den Kriminellen zu nachsichtig verfahren. Aber da wir nun schon mal hier sind, bringst du mit Anstand hin. Da unten steht er. Wo denn? Da unten. Ich wollte nicht wieder gehen. Kommt nicht in Frage, ich habe Ellen versprochen, dass du tatsächlich erscheinen würdest. Außerdem gebe ich gerne ein bisschen mit dir an, du bist zu nützlich. Niedlich ein kleiner Richter. Emily! Mrs. Cummings, hallo. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Hallo Steven. Hallo Mrs. Cummings. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich möchte Sie mit Senator Warden bekannt machen. Steven und Emily Harden, gute Bekannte von mir. Mr. Warden? Sie sind Richter Harden vom Obergericht? Ja, das bin ich. Freut mich, Sie kennen mich. Ganz meinerseits. Vielleicht.